Hallo und Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Die nächsten Quests habe ich schon mal hier markiert, aber zuerst mal gehen wir beim Kriegsrat gucken. Da war ja noch eine Quest oder halt ein Auftrag offen, den die zu erledigen hatten, außer die ganzen Ressourcen zu sammeln. Boni habe ich zwischenzeitlich zwei, ich weiß nicht wo ich die rein stecke. Gucken wir mal, das war glaube ich das hier. Tat der Verzweiflung, Lektion allseits gelernt, kreuzt nicht unseren Weg in Tat und Gedanken. Ja, das ging ja schnell. Okay, haben wir das auch. Was können wir hier sonst noch machen? Ressourcen, Ressourcen, Kräuter sammeln. Ja, ja. So langsam gehen uns halt hier die Sachen aus. Kunari Bank, aha. Noch mehr Ressourcen. Äh, welches war das jetzt? Da. Ich glaube, hier habe ich soweit alles weggeräubert. Wir stehen euch zu Diensten. Dann sammeln wir halt noch ein paar Ressourcen hier irgendwie ein. Abgeschlossen. Da ist nichts. Abgeschlossen. Ich habe gehört, jemand habe eine Vorliebe für Drachenjagd entwickelt. Dann wollen wir doch mal sehen. Was heißt hier... Drachenjagd? Wir müssen die halt jagen. Nehmen wir die hier noch. Ich kann mich umkümmern. Okay, und dann gucken wir mal, dass wir tatsächlich ein paar Drachen gejagt bekommen. Hm. Ich habe den, den ganz dicken, den werden wir wohl noch nicht schaffen. Hä? Warte mal. Ah, wurde jetzt hier eine neue Quest freigeschaltet. Na toll. Na ja, beim nächsten Mal halt. Äh. Dann gehen wir doch mal direkt hier gucken. Ja, da ist immer noch irgendwie... Gedöns. So wie... Hier weiß ich auch noch nicht. Was haben wir denn hier? Ach ne. Das war die Quest, wo ich nicht weiß. Und hier mal... Requerierung. Ja. Schön. Ne. Erstmal hier. Äh. Da gehen wir zu dem Turm. Ja. Den nehmen wir mit. Und ja, weil der Bulle gerne Drachen tötet darf der auch mit. Das hat ja alles soweit mit ihm ganz gut funktioniert. Da muss ich mir auch nicht so Gedanken drum machen, dass der irgendwo im Weg rumsteht und nicht weiß, was er machen soll. Der ist ja dann immer nah am Mob dran, äh, was er auch soll. Wird da nicht von diesem komischen Flügelschlag da immer irgendwie reingesogen, was eben elendig viel Schaden macht. Ja, da gehen wir mal gucken. Also zumindest mal die zwei Drachen... Die hätten wir ja hinkriegen bei dem anderen... Hm. Könnte schwierig werden. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Okay. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Ja. Äh... Ich glaube, Großbären brauche ich aber selber noch. So, wie komme ich denn jetzt da nochmal hin? Zumindest ist es hier nach der ganzen Wüste mal wieder... Ein bisschen Veränderung in Sachen Umgebung. Wenn wir hier ja schon elendig oft waren oder halt auch lange waren. Aber irgendwie Wüste kann ich jetzt echt gar nicht mehr sehen. Und wir brauchen Scherben. Ich weiß nicht, wo wir noch irgendwelche Scherben haben. Euer Gnaden. Ja, ja. Weitermachen. Da hängen die zwei schon mal rum. Eine... Die wohnen ja hier in diesen Amphitheatern, warum auch immer. Hier der Eingang? Ich hoffe. Hm. Irgendwo ging's rein. Nee, hier nicht. Ach, da hoch. Genau. Da hoch, da rum und... Er ist schon gelandet. Wartet auf uns. Wir wissen's ja. Ivernal. Kann man ihn schon... Ja, anvisieren? Das wär cool. Let's see. Heute ist ein guter Tag. Sogar ein sehr guter Tag. und drehen um ihn doch. Oh ja. Oh ja. Gut, wir haben noch nicht richtig den Ksalen. Eisatem Der soll dann Bleib halt nicht in seinem Witz hinterstehen Whoa Das habt ihr auch clever gemacht Jungs und Mädels Es kommt Besser ich als Sonst Dorian hat es anscheinend auch Okay Was hat er jetzt vor Das hat den Schaden gefressen Alles klar Ow Na Was ist jetzt die arme Socke Von der Seite kann er mich gar nicht Erwicht haben Hau doch hier seinen Komplett anderen Fuß Mist Mist Moment wo ist er hin Ich sehe ihn nicht Ey unfair Zumindest Cassandra und ich Kommen hier mit Klar Ah Stimmt endlich Da legt er sich hin Jetzt hat er ein schönes Stab der leere Springfeuergürtel Okidoki Wir nehmen mal alles Gucken dass wir das hier noch aktivieren Moment Auf uns Die Sonnenbecken Unsere Legenden besagen, dass es die Überreste der Hitze, der Sonne sind, die in der Erde verbleiben, als El Ganan die Sonne vom Himmel warf und sie im Abgrund begrub. Was die heißen Quellen in den Dales erwärmt. Das Wasser der Quellen besitzt heilende Kräfte und wir haben sie stets als heilige Achtung. Wieso steht denn das hier? Dann jedoch kamen natürlich die Orlisianer und verschandelten sie mit ihren protzigen Statuen. Doch das Schicksal ist gerecht. Das letzte was ich gehört habe war, dass nun Drachen dieses Gebiet für sich beanspruchen. Hoffen wir, dass sich die Bestien an fetten Adligen satt gefressen haben, die nicht rechtzeitig fliehen konnten. Unbekannter Delichelf. Ja, ja. Wieso steht denn das hier? Okay, da ist nur Gemüse. Nochmal kurz reisen, wieder alles auftanken. Jupp. Alles geheilt, alles aufgetankt. Wunderbar. Das wird sich zeigen, alles klar. Marschieren wir wieder zurück. War jetzt nur mit sechs Tränken, weiß ich nicht. Ich glaube... Jetzt der nächste war vom Level, glaube ich, nochmal irgendwie höher. Und er da hinten ist, glaube ich, sowieso viel zu hoch. Was heißt viel zu hoch? Ich glaube, der ist 21, 22 oder sowas. Wobei, kann ja fast nicht sein. Der war jetzt 19. Ich denke, der ist 20. Na doch, der war 22 oder 23. Ich glaube, der war irgendwie der höchste, den ich bisher getroffen habe, vom Level her. Und der pennte da. Naja, mal sehen. Okay, Bulle könnten wir noch hochleveln. Den Rest nicht. Ich weiß nicht, warum der jetzt der Bulle so schnell nachlevelt. Beziehungsweise die leveln ja alle automatisch dann irgendwie nach. Selbst wenn die nicht mit sind. Aber die hatte ich doch erst. Ich glaube, der hat so viel Spaß hier mit dem, mit den Drachen. Dass er da irgendwie es kaum halten kann. Und hier... Ach, hier ist eventuell noch eine Scherbe zu finden. Okay. Ja, dass er dann so schnell hochlevelt. Nicht, dass er mich jetzt noch hier irgendwie überholt. So, wie kamen wir denn da hin? Könnt ihr mir hier ein bisschen bei den Drachen helfen? So, bevor wir zu dem da jetzt hochgehen... Waffen, Stab der Leere, 105. Elektrizität, Grit, ist dasselbe. Zehn Sekunden, zwei... Warte, wandelnde Festung zu aktivieren. Was ist das denn? Zwei Prozent zur Chance, ein Treffer Geistschlag zu wirken. Okay, es ist besser. Dann kriegt er so eine nackte Frau hier drauf. Da freut er sich aber weniger Gesundheit. Das ist halt die Konstitution. Naja. Okay. Rüstungen. Ja, wenn ich die hier anziehen könnte, wäre ja gut. Aber es ist ja nur eine schwere Rüstung. Cassandra, wie sieht es denn da aus? Wie sieht es bei mir aus? Halt. Oh, okay. Ja. Obwohl. Stärke. Verteidigung, Verteidigung. Maximale Ausdauer. Ich weiß halt nicht, wie Stärke wirkt. Das ist das Problem. Heilungs-Bonus. Naja. Sieht auch ein bisschen Panne aus. Ja gut, bei uns ist es eigentlich gerade wurscht. Wie ist es beim Bullen? Ja komm, der kriegt der Bulle das. Okay, dann auf zum nächsten Drachen. Aber den machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, bis dann.